Hi, du hast voll schöne Augen. Willst du sie meinen Kindern vererben? Smash! Du bist nicht nur der Hammer, du bist der ganze Werkzeugkasten. Yes! Hi, ich bin Paul. Ich bin 24. Meine Hobbys sind Fußballspielen, basteln, schwimmen. Gehst du gerne schwimmen? Ja. Aber ich würde dich echt gerne mal ins Becken stoßen. Ja, komm! Smash!